ich weiß nicht ob ich das noch irgendwie demnächst mache ich mal schauen ich habe mir gestern was vor dem einschlaf mir video angeguckt da gab es was ich bin ein tot du schwein ich wollte ihn gerade pushen dann sehe ich schon wieder bei dir um die ecke ich müsste gerade nachladen mann scheiße ich sag ja immer muss ich beten für dich was machst du da dritte soll ich die aufschließen ich will ich beschütze dich diese weihnachtsgeschehen verknüppelt ist so scheiße es geht los habt ihr das gerade so viel kohle mit dem arzt auf arbeit weißt du als ich dispatsch gemacht für den krankenwagen einer ist der sturm ein kurze pente wusste ich ein paar sachen fliebarket rufen ist sorry ging nicht anders ich habe nicht gemeckert keine stelle wir einwohner geben diese stadt den titel hier die bürger von hamburg schlagen hamburg zur schönsten stadt der welt wirklich wunsch ist wunsch bist du willst du willst du willst du bist nicht so eine knackwurst wie gestern aller voll reingeschissen du du ich habe nicht schon vorher egal was ich auf jeden fall mache ist den rucksack nehmen willst du was wieder haben die pappen werden natürlich geil dann bräuchte ich neun modden ja jetzt bringe ich dir mit easy warum hast du den dings mit was ist das für die scheiße schämst du mich mit oh shit hier liegt die kanate oh lol da ist noch eine das ist ein viererteam what und ich dachte gerade irgend einer hat donated und ich habe mich nicht bewegt weil ich das als donation habe ich habe gerade gesagt ja toll danke für zwei euro das warme stück fleisch das auch sprechen kann llg unterstrich das ist auch im auto für seine kommentiert und habe ich so auch noch nie gesehen was soll das jetzt heißen hier dieser scheiß tag auf hell schon wieder mann ey oh shit neben uns irgendwo wer war das hast du ihn erschossen äh hast du das nicht gehört nee was denn oh du penner ey du blöder hund ey oh nö oh du blöder hund ey oh du schweinefucker ey oh holy shit und ich denke wirklich da ist eine, alter oh oh du solltest du mir jetzt die blitz app machen was was die getränke app meine ich schon die getränke app die getränke, ich hab mich versprochen ja ich wollte gerade sagen die getränke app ich hab auch gar nicht ich hab irgendwie so ein Frosch wie im Morgant sonntag in der nachtel muss PS-Amo sein also mal ernsthaft, was würdet ihr in dieser Situation machen mit diesem Smart auf der linken Seite was würdet ihr tun ich zeige euch mal, was der richtige Vorgang wäre der richtige Vorgang wäre, ich fahre jetzt hier rüber dann wäre der nächste richtige Vorgang ich fahre hier rüber und dann das Ganze, nachdem ich überholt habe wieder rechts rüber das wäre der richtige Vorgang ich beende diesen Vorgang, um ihn einmal gemacht zu haben so auf die Mitte und wieder nach rechts nur weil ein Idiot nicht rechts fährt und mich überliest er wieder ah Beef, es tut mir leid, warte kurz Beef Beef du wunderschöner Mensch ich wünsche dir einen wunderschönen Tag ich hoffe, du bist gut reingestartet lass dir gut gehen genieß den Tag love you long times besonderer Mensch Computerchip können wir schon einen Computerchip bauen der Skill Deutsche Bahn kann dir dabei helfen möchtest du ihn aktivieren? nee, danke ich fahre keine Bahn in Ordnung sie ist der beste der Sterb von allen und wird nie vom Himmel fallen oh ja 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 hier kommt die Sonne na, jetzt ist es aber bei Schmuzi hier kommt der Schnee er ist gefrorenes was er von oben so, jetzt brauchen wir noch einen Computerchip und für einen Computerchip brauchen wir, guck mal für Draht Computer! 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 Stopp! Computer Stopp! Ruhe aus! Ende Fresse! Was? Ich habe momentan Schwierigkeiten Ich frage mal nochmal kurz den Chat, ja? Äh, warum wir nicht fliegen? Ist das ein Kuss, oder? Oder was war das jetzt? Ich fliege nächstes Mal raus All the way home Auf diesem Eis können sie bauen Subnautica Das reimt sich gar nicht Und klingt doch scheiße Ist egal Bis bald! Bye! �